Wunderschönen guten Tag zusammen mit Malou und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Worms Clan Wars mit Peter, Sepp, Bram und ganz wichtig mit mir. Wer ist denn welche Farbe? Peter ist rot, Sepp ist blau, ich bin gelb und Bram ist grün. Ja, links ist ganz schön. Also meine roten werden durch das grüne Ding da aufgehalten. Das stimmt, das ist ein Vorteil. Das funktioniert doch bestimmt, oder? Ja, ja. Und dadurch? Nister Skillshot, ey. Komm schon, komm schon, alles nach unten jetzt. Oh Gott. Aber sie werden alle zumindest an die Flasche geschmissen. Das ist nicht gut, wenn du so früh am Spielstand an der Flasche hängst. Nö. Bei dir ist auch die Dose lieber, Mann. So sieht mein Liebesalltag aus. Dose Oettinger morgens? Ja. Ja, Flasche hängen. Oettinger, Alter. Oettinger trinkt echt nur der letzte Abschraub. Wow, weh. Ja, aber tu mir leid, weißt du, in Deutschland gibt es so viel Bierauswahl, ja? Da kannst du mir nicht erzählen, dass Oettinger da ist, wo man dann zu ihm zugreift. Boah, Peter, weißt du? Ja, frag doch mal Peter, wie er da oben ist. Echt mal. Peter trinkt auch kein Oettinger. Klar, Dr. Oettinger trinkt nichts anderes. Oh no. Ich habe tatsächlich ein Oettinger in meinem Kühlschrank aktuell. Ja, seit wie lange schon? Seit zwei Tagen oder so. Echt? Was hast du denn da geguckt? Ich habe extra gekauft für den Joke. Tatsächlich. Aber ich hatte bisher noch kein Wort. Ja, stimmt. Hat Christian Dr. Oettinger gar nicht mitgekommen. Das ist so ein Zufall, aber auch. Da müssen erst die anderen vier Kästen alle wegführen. Ich bin ja ja bei dir. Ich mag Oettinger ja auch. Du nennst dich jedes Mal, wenn wir ohne Christian aufgenommen haben, hast du dich selber Dr. Oettinger genannt. Ich weiß nicht, was ich hier gerade machen soll, ehrlich gesagt. Ja, Peter, spring einfach weg. Ja, Peter, spring einfach weg. Nein, noch nicht. Ich schmeißte eine Granate gerade in der Auge. Ja, das war nicht so gut, leider. Aber, haha, die Mine. Schade! Boah, jetzt sind die Wasser geprüft. Da liegen jetzt zwei. Ach, komm doch nicht hier oben. Ich wollte auch unten die Party machen. Aber egal. Warum willst du nicht mal den Minejumper machen? Egal. Also, möchten, naja. Doch, willst du. Wer ist eigentlich gerade dran? Noch, Sepp. Ich bin gerade dran. Und ich habe vor, den blauen mache ich nicht auf die Mütze. Den guten Mann da vorne. Würde ich so nicht tun. Doch, doch, lass den mal machen. Wann mach dich schön da raus. Ich halte mich da raus. Da sehe ich. Eine geile Rakete. Krass, der sich selbst nicht getroffen hat, wundert mich jetzt gerade schon. Warum? Der war ja nicht rot. Ah, safe? Na ja, safe, also. Jungs, was machen wir hier? Na, Bram, was geht, hä? Möchtest du mal mein Eier nutzen hier? Ja, jetzt geht die Dynamik platzieren und wegrennen. Ja, er kann ja nicht wegrennen, ist das Geile. Ja, nicht wegrennen. Alter, nicht dein Ernst. Das ballert dich doch vor der Könne durch die Gegend, wenn sich da auch nur einer bewegt. Das kann gar nicht auslösen. Das wird gar nicht ausgepackt, glaube ich. Ja, das gucken wir gleich mal, wenn der Rote dran ist. Kacke. Ich bin mir auch noch nicht so sicher, was da passiert. Na, was passiert hier eigentlich? Da kommt jetzt nochmal Wasser nach links da rein. Oder Wasser oben auf den Berg. Ja, aber dann spüle ich meinen eigenen weg. Ja, dann Wasser oben auf den Berg. Echt? Was auf dem Berg geht auch klar. Ja, da spüle ich mich auch selber weg. Nee. Da spüle ich mich lieber da selber weg. Ich weiß aber nicht, ob das gerade reicht. Oh, nee. War zu tief. Ja, aber dann mit dem Winken reinbringen. Ach, da fließt einfach dran vorbei. Guck mal, Peter. Was heißt das denn? Nee, du stehst doch an 30 Meter. Ja, guck doch, genau. War das bei dir vorher schon? Die sind jetzt bei mir eben da unten gerutscht. Ja, aber vorher ist der auch schon ein Stück gerutscht. Okay, welcher von meinen ist dran? Huch! Du hast alle deine vier Würmer da unten. Das finde ich jetzt nicht. Ach, nee, drei. Ach, nee, drei. Der andere ist rechts. Stimmt. Ja, glaube ich dir. Nein, meiner macht gleich einen Rückgang. Ey, Peter. Hey. Das ist keine gute Idee, Peter. Nee, Peter. Jetzt hast du den unten rechts aber verdumt, ey. Ja, irgend... Also... Okay, ich bin dran. Okay, alles klar. Es ist nicht so leicht, die Entscheidung hier zu treffen. Was merk ich denn jetzt? Wenn du nicht grün bist, haust du eine Granate einfach auf die drei da mit der Kiste. Ne Cluster oder... Ne, normale. Ne, normale. Die Cluster ist zu kacke. Ey, machen wir eine Cluster. Ja, aber die Cluster, die ballert alles weg. Ja, genau. Die macht keinen Schaden. Doch, die ist super. Die ist viel besser. Nimm auch nur zwei oder eine Sekunde, damit ich in der Luft denke. Eine Sekunde. Genau, eine Sekunde. Ja, nimm zwei, das ist fein. Oh, jetzt geht die Party ab, da. Was ist das denn? Die letzte Explosion war ja mal richtig nice. Alter, wie viel Schaden das war, das war nice. Welcher Wurm ist denn da gerade abgesoffen? Ich glaube auch, Sepp, der den geworfen hat. Nee, meiner hat sich nicht steckt. Hast du schon einen verloren, Sepp? Ja, vorhin schon. Welcher ist denn da gerade abgesoffen? Ich glaube nichts. Ich wollte sie länger spielen. Scheiße. Okay, ich hab sie übersehen. Nein, ich hab sie nicht übersehen, ich bin da ja immer wieder hin und zurück und hin und zurück, aber die explodierte halt sofort. Richtig. Äh, ja, wie viel Leben hat der noch? Kann ich mir das nochmal anzeigen lassen? Deiner? Mein eigener? Ja. Weiß ich auch nicht. Genug. Weg dich mal, dann wird er vielleicht angezeigt. Nichts hat man den neu auffahren sollte an der Stelle. Sepp hat sein Wasser schon weggemacht und der Baseballschläger dürfte ihn da jetzt zumindest nicht wegmachen. Echt? Mein Wasser habe ich schon weg, dort sommern muss dann. Na, guck mal mal. Sehr interesting, Christian. Hm. Oh. Auf jeden Fall aus der Suppe da unten weg, ey. Wie komme ich aus dieser Situation hier raus? Wenn du dich unter die Flasche stellst und dann springst, hauen die Würmer da nach unten? Oh! Ja, das könnte sein. Ja, das könnte sein. Schön. Du hast keinen Seil mehr übrig für dich zur Info, wa? Super bin ich mal. Zu für bin ich mal. Peter ist grün? Das sieht ja schön aus. Ja, wenn der Inzept hat gewesen, hätte ich das nicht gemacht. Das ist jetzt... Nee, dann hätte ich das auch gemacht. Das ist okay. Das ist fein dafür. Das bedeutet Krieg. Oh. Okay. Ich glaube, der Start von Worms bedeutete schon Krieg. Alter, 72. Nee, Peter. Vorher waren wir doch cool. Jetzt ist es vorbei. So, Christian. Also. Wenn ich ja kein Wasser mehr habe, kann ich das ja ruhig einsetzen. Ja, okay. Das kannst du ruhig gerne machen. Ähm. Also ich hätte die andere Richtung gemacht, oder? Das ist cool. In der andere Richtung steht ja der andere von ihm. Genau. Naja, stimmt. Das ist mein Berg! Oh! Oh! Jetzt kommst du da nicht mehr hoch! Hol die weg! Hol die weg! Schmeiß die Kiste um! Ach also. Jetzt müssen wir einfach rechts da drunter ein bisschen schrubbeln. Komm schon. Komm schon. Jetzt sei vielleicht unten drauf, oder nicht? Oh, ne! Ich glaube, ne Mine hättest du auch getan. Das war die Rache für die 72. Ich glaube, der hatte auch ungefähr 70, oder? Das war also fair. Ach, fair und Rache. Wo sind wir denn hier? Das war keine Rache. Das war nur fair. Das war... Du hast doch vorgesagt, das ist die Rache! Ja, gut. Das ist vielleicht Rache gewesen. Ja, aber das ist auch so eine Ausziehungssache. Rache, Schmache sag ich immer. Du kriegst doch Rache, der Restauranttester. Was ist denn für ein Zauber? Ja, dafür kriegst du ein Leben pro Zug. Wenn der liegt. Ach, die Dinger sind das. Ja, okay. Direkt einfach hinlegen. Ja. Äh. Ich will ein 30er weg haben. Ich glaube, die kosten keinen Zug. Ja, aber der 31er da oben ist ja viel gefährlicher. Genau. Oho. 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 So, Christian. Bedeutet das jetzt Krieg mit dir selbst? Auch? Nein. Surprise! Könnte aber auch japanisch sein für Surprise. Surprise, Motherfucker. Ja, jetzt müssen wir nicht hier mal die Haare spalten. Oho. So, Rache oder was? Rache. Faire Rache. Duuuu. That's him finish. Bye bye. Vitality. Guck mal, ob ich von oben her auf dich herabgucke. Moment, das war ja Christian, lol. Das war ja gar nicht Bram. Oh, nee. Das fand ich schon fair. Das ist schon gut. Das wär auch gar nicht fair gewesen, Peter. Du hast mir 70 Damage gemacht. Ja, aber du hast einen Wurm von mir getötet, also würde ich einen Wurm von dir töten. Nee, nee. Du hast 70 Schaden. Ich hab dir 70 Schaden gemacht. Nee, nee. Du hast mir keinen 70 Schaden gemacht. Du hast einen Wurm getötet, das ist mehr als einfach nur einen Wurm runterzuschießen. Nee, das seh ich jetzt. Also in deiner Situation würde ich vielleicht gleich argumentieren, aber in meiner Situation argumentier ich jetzt einfach mal anders. Ja, okay. Agree to disagree. Aber so oder so hab ich jetzt Christian Wurm gekillt und nicht dir. Ja, aber das ist okay. Ja, das ist fair. Das ist erstmal, also um das als Ausgangssituation zu sehen, ist das okay. Ja, eigentlich müsste man was gegen den Sepp machen. Nee, lass den mal da oben mit seinen 300. Ich weiß nicht wieviel leben. 25. So, wenn ich das richtig sehe. Und ich mach jetzt hier bumm. Da müssten doch... Oh oh. So. Alle drei sterben, oder? Was soll denn das, Bram? Ja, das geht aber ab. Nein! Oh nein! Oh Bram, das sterben doch nicht alle. Nur deine auf dir. Aber was soll das denn? Warum geht die alle auf mich? Ja, komm, du standst neben mir. Das war jetzt keine Freundschaft oder Hassheit. Das war einfach nur physikalische Distanz. Ich bin nicht ungerecht behandelt. Bye, bye. Bye, bye. Das war jetzt nicht so nett, Bram. Da muss ich Christian recht geben. Weißt du stehst da oben mit deinen zwei Königswürmern, ja? Und du willst nur was von Moral erzählen. Ja, ich teile und herrsche einfach von hier oben. Oh, du make me up. Da gönst du erst mal ein Schild. Kleine Survival of the... Ja, von meinem stärksten Wurf. Ja, stimmt. Peter, was genau wird das jetzt? Du musst dich ganz vorsichtig sein, was ich hier mache. Oh 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 oh. Schubst du ihn einfach runter. Das war cool. Fliegt du da links weg? Peter hat funktioniert. Du wirst auf deinen eigenen Wurm da unten rechts töten. Oh, das wird aber... Damit hat er schon abgeschlossen. Nein! Oh, das war knapp. Peter, hast du dich gerade jetzt echt unter das Fass gestellt? Ja. Ja, aber das Fass ist safe. Da ist ja noch Land zwischen. Was make ich denn jetzt hier oben? Unten. Du musst mit deinem letzten Anno auf die Insel. Komm ab da hoch. 1.50 hast du noch. 1.50 hast du noch. Toto! Ja. Find auch. Hab geclaimed. Und wenn es der Esel oder Andromeda kommt. Ne, Armageddon, nicht Andromeda. Tötenlicher Staub aus dem All kommt gleich. Du kannst doch den da unten nicht einfach... Ne, Fram. Oh, oh. Kommt der so hoch. So hoch wie er braucht wahrscheinlich. Ich dachte er wollte dich besuchen gehen, aber ne. Hervor. So, reicht das? Das reicht bestimmt, oder? Mit dem Knall dahinter. Ja. Jawohl, nach links. Nein, nach links. Oh. Ein bisschen Schaden gekriegt hat. Macht nichts. Jawohl, aber nach links bist du gefallen. So wie das sollte. Ja, aber schon frech. Ein Problem jetzt. Äh, joa. Jetzt kommt die Holi da rein. Ja, für 100 damage. Außerdem die Holi, ich bin der Letzte. Also ich kann noch gar nicht. Achso, du kannst noch nicht. Sorry. Wie geht denn noch gar nicht? Das darf ich doch benutzen? Für da rüber zu kommen, ja. Ja. Komm schon. 8 Sekunden. Oh ne, die Oma. Die Oma, die läuft. Ich dachte du willst irgendwie nach oben kommen oder so. Nein. Verderben. Oh, bleib stehen. Nein. Oh nein. Oh, er ist mit eingepupst. Jetzt kommt wieder die Waschtrommel. Blub, blub. Das ist gar nicht so wüsste. Ja. Zwei Runden. Toll, Peter. Ja, wollte ich auch grad sagen. Peter ist mit dem anderen dran. Rette deinen roten, Peter. Surprise. Dann ist er eh vergiftet. Peter ist doch eh rot, oder nicht? Aber jetzt bin ich nicht mehr vergiftet, Alter. Das heilt Vergiftung. Das ist ja okay. Dann war das smart. Das wusste ich nicht. Fuck mich jetzt. Richtig hardcore ab. Du hast kein Seil mehr. Davon hat man auch mehrere. Mach doch die Green weg, Peter. Das ist echt krass. Was merkst du? Ja, schade. Warum hast du denn das Seil nicht gekriegt? Alter. Okay. Ja, weil ich wollte natürlich noch weiter hoch in dem Zoo. Ah. Das wäre klug gewesen. Ähm. Was melken wir denn hier? Ähm. Wo sind die Oma denn hinlaufen? Mist. Die sollte bei Peter vorbei, aber die kann man ja vorher gar nicht zünden. Nee, die kannst du nur furzen lassen. Dann hast du... Okay. Okay. Nee, das ging noch nicht. Die musste erst den Boden berühren, dann kann die puksen. Das wusste ich leider nicht. Das war blubisch. Blubisch. So. Peter hat einen mitgegeben. Okay. Du, das finden wir uns mal um Sebastian. Ja, mach das mal. Eine Banane, ey. Das war's. Wie geht er erst in zwei Runden? Erstmal da raus, ne? Ach Gott, noch geht das mal hoch. Ach. Wer hat's zum Metz, ey? Ja, du küsst mich nicht um Sebastian. Ja, Spitz. Ach. Spitz. Lässt du ihn jetzt bis unten durchgraben, oder was? Ey, ich hab zumindest darüber nachgedacht, ob das funktioniert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich funktioniert. Das könnte funktionieren, ja. Aber er hängt da, er hängt da, ne? Ich weiß, er hängt da an so einem Pizzles-Ding. Aber vielleicht... Es ist nicht ein Tropfen, eins, zwei, drei, vier, fünf Tropfen sind jetzt da hingekommen. Ja, so langsam aber sicher schwimmen wir den jetzt da raus. Zum Mindest kriegt er Schaden. Okay, fünf Damage gemacht. Easy going, bitch. Wenn Peter jetzt nicht dran ist, geht der eh runter. Ja, der ist aber dran. Ja, aber selbst dann komm ich dann hier weg. Also mit dem Wurm, der kommt halt nicht da weg. Ja, dann lauf doch einfach weg. Hast du nicht noch einen Teleport, Peter? Nein, hab ich nicht. Ja, aber mach ich denn jetzt hier noch? Kann ja auch nichts mit... 28 Leben. Na oben bleibt halt nie liegen. Hm. Ja, auf jeden Fall ein skilliger Wurf. Das könnten wir noch versuchen aber. Das ist ja schon geil. Christian kann sowas. Christian kann sowas. Oh Gott. Nein. Hui. Ich würde mal sagen, nice. Oh, dann landet die noch bei dem. Oh nee. Das war schon cool. Die war doch ordentlich Bummz, oder? Oh, ordentlich Bummz. Scheiße. Nein, 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 nein. Juuu. Oh. Ja. Nein. Nein. Ach komm. Ist ja mein Ding noch. Alter, direkt zwei dicke Würmer von mir weggeballert, ey. Arsch. Okay, fiel dir los dran. Aber jetzt bist du nicht mehr über das hundertprozentige Ziel der Bananen zumindest. Ja, das stimmt. Puh. 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 Jetzt benutzt er. Jetzt kommt er mit dem Seil an, weißt du. Ja, aber ähm. Oh oh. Hat der noch so ne Rakete? Oh oh. Ne, der hat noch so ne. Oh oh. Jetzt rechts, links. Erst freimacht. Oh oh. Ach, Peter. Du. Du. Hast du ein Stück Würmer, ey. Alter. Wielts. Das hatten wir jetzt wirklich auch nicht gut freigemacht. Ja. Ja doch, du kannst einfach rüber an die, an die Wand sogar mit dem Seil fassen. Hm. Konntest. Okay. Ist alles da ganz schön tricky hier gerade. Hm. 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 Okay, was darf ich denn nehmen? Ich darf jetzt... Du darfst die Holi nehmen, oder? Oder bist du der Erste gewesen? Ja, ne, ne. Ich hab die Holi. Aber... Wer war denn Erster nochmal? Ich mein, ich war Erster. Das heißt, Bram darf vielleicht die Banane schwingen. Ja, Bram darf die Banane schwingen. Wo melke ich das denn? Oh, ich gehe mir doch mal. Scheiße. Bring nochmal. Ich will den Bram da hinten treffen. Aua. Oh. Das war kein schlechter Versuch. Oh, Mann ey. Oh, jetzt kommt der Wassertropfen und killt Peter. Da, bam. Und zieht ihn mit runter. Oh, Mann. Okay. Jetzt wird er noch beschenkt da, ey. Wir müssen auf jeden Fall jetzt da unten weg, ne. So viel ist da klapp. Das hast du doch nicht in den ganzen Waffenkisten gehabt. Guck mal da rüber. Ich dachte gerade, der traf die Holi. Das ist ja direkt Abgang. Nein. Das war schon mal eins. Das war schon mal eins, ja. Jetzt krieg ich die nächste Waffenkiste. Das kann nix Gutes heißen. Komm mal echt viel, ey. Gleich kommt irgendwas dickes. Kann echt nicht sein jetzt ja. Ja komm, nächstes sein. Hau raus. Panik. Panik. Da rein. Komm schon. What? Was kommt denn jetzt? Oh, was? Dich nehm ich mit Pederswitz. Komm schon. Oh, was? Nein. Ich hab ihn eher nach oben gebracht. Oh, Feder. Du mieses, kleines, dreckiges Stück, Bram. Nein. Jetzt haben wir die Feder noch da runterhauen, ey. Ja, ich hab mal. Hey, Feder. Wir sind Freunde, oder? Peter schieß einfach da rüber. Ja, genau. Das kann jetzt nur gut werden. Tut mich verkehrt. Was? Achso, ein Jetpack. Was? Genau. Two. Oh Gott, Peter. Nein. Oh Gott, Peter. Nice. Nicht so verkehrt. Nicht so verkehrt. Was jetzt? Mach's jetzt? Nicht der da TNT. Oh Gott. Das wird dich töten. Das wird dich töten. Das wird dich töten. Das wird dich töten. Das ist mir scheißegal. Brahm nehm ich doch mit. Jawohl. Boah, das war voll gut. Alter. Jetzt steht Peter auf. Jetzt steht Peter auf. Das wird mir scheißegal. Jetzt wirst du. Jetzt wirklich. Jetzt ist mir dein Wumper. Das war dir vorher auch schon Wumper. Nee, vorher hatte ich ne Taktik dahinter. Eigentlich wollte ich gerade ganz schön eliminieren, um mich jetzt auf selbst zu konzentrieren. Ja, und jetzt dann. Was ist denn der Dragon Ball? Das ist der Punch, oder? Das ist diese lange Linie. Dieser Laser quasi. Ja. Wieso hab ich denn noch keine Banane? Wirf mal bitte Banane nach rechts. Ich darf die noch nicht. Sodass der von Bram da steht. Ich darf noch keine Banane. Hä? Nee. Ja. Ich weiß nicht. Ja, ähm. Seh ich. Oh. Hier ist ein bisschen viel. Hat da aber jemand richtig spinat gegessen, würde ich sagen. Ja, ich hatte noch ein bisschen, äh, was in meinem Müski heute Morgen drin. Ich frag mich, welche Superfähigkeiten hätte eigentlich Poop eigentlich. Das ist jetzt ein Problem. Ah, wobei. Was hat man denn da so... Oh, da reicht doch Molotow, oder? Bram. Oh, Bram geht aufs Herbst. Nee. Nee. Komm schon, jawoll. Oh, die ist gut. Oh, ho, 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 ho. Oh. Alter, jetzt wird Peter noch zweiter. Willst du mich verarschen? Wird ein Barreter. Finde ich ganz gut. Die war echt gut. Boah, dann hat er drei Stück, die da hinten abhüllen. Rocketjump, Peter. Hast du noch ein Jetpack? Ja, ist natürlich die Frage auf... Was genau tust du da jetzt, Peter? Ja, wobei. Jetzt nach rechts. Ja. Nee. Und jetzt? Bummst du den einfach weg? No wait. No wait. No wait. Boah, ho, 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 ho. So springen finde ich immer schwierig. In die Shotgun. Nein. Immer zu viel voll. Das ist die Uzi. Ja, ist zu gefährlich jetzt hier. Haben wir die überhaupt? Mann, ich hätte zwei Bananas gehabt, ey. Die hätte ich gern gebrochen. Das Wasser steigt schon ziemlich krass. Ja. Noch ist Peter höher, aber... Ich weiß nicht, ob Bram noch ein Seil hat, der eben ganz viel benutzt. Der hat aber auch diverse Waffen gekriegt. Peter hat auch schon die Beziehung hoch. Kommt man eigentlich so hoch? Ey, das hast du schon mal versagt. Das hab ich schon mal probiert, ja. Du brauchst ein Seil mindestens. Ey, wir gehen aber safe Wege da hoch. Das geht aber nicht, Bram. Das ist zu steil, oder? Ja, äh... Kommst du da wirklich hoch? Das ist doch zu steil. What? Hey, come on! Ah... Alle... Alle Zeit der Welt. Ähm... Ah, okay. Okay, das... Das reicht dir noch, okay. Jetzt sei der Ur-Vergleich hoch, oder? Komm mal. Okay, da müsste aber eigentlich doch... Hast du noch was, Peter? Komm mal gucken, mit dem Bildschirm... Nee, wie darf das auf die Bananen hat denn noch? Ramm ist ein Nü höher. Ramm ist ein Nü höher. Ramm ist ein Nü höher. Aber die Banane kommt da ja kaum durch. Also da muss man schon richtig werfen. Muss ja nach rechts gehen einfach nur. Peter, komm, mach mir die Tür auf. Oh, boah. Das ist echt schwierig. Du musst es auch so machen. Ja, aber jetzt hat sich nicht mehr steuern. Du musst erst eine andere Waffe auswählen. Und dann kommt der Hektik. Und jetzt gleich... Oh, nicht den... Wenn wir das noch benutzen, dann ist Feierabend, Peter. Noch mal... Sechs Sekunden noch, Peter. Alle Zeit der Welt. Oh, ist okay. Oh. Ich könnte halt eigentlich keimen von beiden. Können wir einen Draw machen? Das wäre super. Ich würde das keimen von beiden oder was. Ja, dir noch viel weniger, Peter. Okay. Was machst du jetzt? Ja, das ist die gute Frage. Ja, also zwei Raketen in die Richtung. Das reicht doch. Ja, eine Insel. Und Peter, dich nicht nächste Runde töten, ist der weg? Ja... Ich muss es probieren, oder? Ich wüsste das Tassi auch nicht, weil ich sonst... Oh, da war dann... Das kann nicht wahr sein. Oh, Bram. Die haben wir überhaupt nicht gesehen. Das sieht schlecht aus. Ich glaube, ich habe es so für dich tun. Das sieht wirklich schlecht aus für dich. Mit Wasser steigt der viel krasser als gedacht. Okay, ich darf jetzt hier nicht ins Wasser fallen. War nicht hier. Fail. Fail, Peter. Fail. Bitte. Das kann nur in die Hose gehen. Das kann echt nur in die Hose gehen. Das kann echt nur in die Hose gehen, aber... Sonst stirbst du. Boah! 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 Jetzt fanden sie das Seilchen, oder so. Schießen, ja. Nee, schießen, ey. Nee. Ich will schon. Jetzt gehst du das Risiko auch eigentlich selber zu scuffen, mit einer Hand von irgendeine Mühe, oder so. Boah! Jetzt hat er halt auch noch ein paar Diener. Oh, leid. Überlebt er trotzdem noch. Ja. Oh, schade. Ich dachte, da war das Pluppen von Peter. Ja, der Fallen-Draw gewinnt. Aber trotzdem... Scheiße, ey. Peter gewinnt, hat auch die meisten Gegner mit erledigt. Natürlich mit mir zusammen. Bram Zweiter, Sepp Dritter. Für mich tanzt Lakitu. Naja. Gucken wir mal. Also, bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss! Tschüss!